Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube Video. Mein Name ist Cliff ManBase und heute werden wir auf der FIBO 2024 den größten Beats des Umfangs messen. Viel Spaß bei dem Video. Cheers! Hier geht's, ein Moment der Wahrheit. 43 ist gut. Die Stabilität. Als Kicker braucht man auch einen guten Vizep. 38. Ich würde sagen, 50 cm. 50 cm? 50 cm? 50 cm? 50 cm? Ja. Ja. Meinst du nicht? Ich sage 51. 51! Oder rechts. Links. Passt perfekt. 47. Stabil. Nein, Bizeps ist scheiße. Ja, aber wir können machen. Rechts oder links? Ähm... Ja, warte mal. Welcher war größer? Wir gehen hier hin. Also ich war den ganzen Tag auf der FIBO. Bin extrem katabol. Ich hoffe, ich habe noch 49er. 50er. 50! Ja, das freut mich. Ich freue mich. Dieser Mann ist erst. Dieser Mann ist erst. Hey, wann ist das? Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Es ist ganz gut. Ich bin ganz gut. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich reveale, wer den größten Bizeps 2024 auf der FIBO hatte. Auf Platz Nr. 3 war Kai Gedan. Auf Platz Nr. 2 gab es zwei Leute. Mike Sommerfeld und Wesley Wizzers. Und auf Platz 1 war der Boogieman mit 56,5 cm Armumfang. Also einen krassen Armumfang. Geisteskrank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Liked das Video. Schreibt mir in den Kommentaren, wen ich das nächste Mal den Armumfang messen sollte. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!